Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Frankfurter Flughafen. Wir machen uns auf den Weg zur nächsten Reise. Hier haben wir schon die ganzen Koffer alle gepackt. In wenigen Stunden geht es los auf einen ganz besonderen Urlaub. Ein Roadtrip durch den Westen der USA. Jetzt haben wir noch ein paar Stunden Zeit und dann geht unser Flieger nach Los Angeles. Oh, 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 oh. Meine Damen und Herren, Lufthansa begrüßt Sie ganz herzlich in Los Angeles. Und wir haben es geschafft. Herzlich willkommen aus Los Angeles. So, im Hotel angekommen. Nach einer stressigen Fahrt. Auto abgeholt. Haben es jetzt schon hier geparkt. Das ist unser Fahrzeug für die Tage. Und jetzt bewegen wir uns ab ins Hotel hier in Los Angeles. So, dann mal ab in die gute Stube. Herein. Auf geht's an unser erstes Hotelzimmer für heute in Los Angeles. Hier ist rein ins Bad. Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben gut viert Platz. Hier lässt sich definitiv aushalten. Komfortabel. Große Betten. Relativ großes Zimmer. Wir sind jetzt für vier Nächte hier. Bevor es dann in die nächste Stadt geht, das bleibt jetzt noch eine kleine Überraschung, wie es dann weitergeht. Jetzt sind wir erstmal die Tage hier in Los Angeles. So, frühstückt. Gestern ging nicht mehr viel. So, jetzt ist schon der nächste Tag. Wir haben gerade gefrühstückt. Gestern ist nicht mehr viel passiert. Wir waren nur kurz einkaufen. Haben uns ein bisschen Brot gekauft und haben dann gegessen und sind dann noch direkt ins Bett um 20 Uhr. Jetzt packen wir gerade unsere Sachen zusammen und machen uns dann heute einen schönen Tag am Venice Beach. Beziehungsweise am Santa Monica Pier. Da fahren wir jetzt los. So, jetzt laufen wir Richtung Santa Monica Pier. Und jeder, der schon mal GTA gespielt hat, der kennt diesen Platz, glaube ich. Da wird einem jetzt richtig das Herz aufgehen. So, der berühmte Santa Monica Pier. Laufen wir jetzt entlang. Es hat angenehme, ich schätze mal zwischen 20 und 25 Grad. Ja gut, vielleicht noch nicht ganz, weil wir haben es noch morgens. Aber die Sonne lacht auf jeden Fall. Das Wetter ist herrlich. Nino kann hier in kurzer Hose rumlaufen. Es ist einfach ein, wie ich sagen würde, ein Träumchen. Und ich hoffe, dass die Achterbahn im Betrieb ist, weil ich würde gerne ein Ründchen fahren oder wenigstens das Riesenrad. Da werde ich mich gleich mal schlau machen. Und hier endet die Route 66. Genau hier ist das Ende. So, so wie es aussieht, ist der Park zu. Schade, wird doch nichts mit der Achterbahn. Dann werden wir jetzt trotzdem einen wunderschönen Tag hier in Santa Monica haben. Es nervt mich jetzt, dass die Achterbahn zu hat. Jetzt hat der Park doch aufgemacht. Und praktisch keine Wartezeit. Direkt auf zur Achterbahn. Achterbahnhof. Ich bin jetzt auch hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. I need a girl like you, yeah, 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 I need a girl like you, yeah I spent the last night on my last flight to you, ooh, ooh, took a whole day up tryna get a way up, ooh, ooh, we spent the daylight tryna make things right between us But now it's all good, throw that back, my baby can play me close So, now we have taken a long walk to Venice Beach Now we have taken a long walk to Venice Beach Now we look at it. Just look at everything here Can't you see. Is he going to find the project here. Ah ah. Ah ahh. Ahhhh. Ah nah. Ah. und mit diesem wunderschönen ausblick auf den venice beach verabschieden wir uns vom ersten video hier aus los angeles ich hoffe euch hat das erste video gefallen es kommen auf jeden fall noch ein paar wir haben auch noch viel vor auch in anderen städten lasst ein like da einen kommentar und wir sehen uns im nächsten video bis dann und tschüss ja ja